Ja, liebe Fortuna-Fans, bevor wir die Mannschaft sicherlich noch das eine oder andere mal hochgeben lassen, bringt so ein letztes Spiel natürlich auch immer Situationen mit sich, wo man Spieler verabschieden muss. Auf dem Rasen sind der Vorstandsvorsitzende Alex Jost, Finanzvorstand Art Hochemann und der Sportdirektor Christian Silber. Und wir beginnen mit der Langzeitung und der Fahrschiedung des ersten Spiels. Vor der Saison ist er auf mein Basis vom FC Rothfors gekommen. Nach 7 Einsätzen in der zweiten Bundesliga und einigem Vernetzungspech geht er in einem Jahr in Düsseldorf zurück. Vielen Dank, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft von Nummer 13. Kutschumacht! Applaus 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 Sechs Jahre war er bei der Fondschule, aber mit ihm inzwischen in Kurs sind wir hier in der Bundesliga aufgestiegen. Gesundheit nicht, was der Heimann ist, müssen wir stehen. Aber wir sitzen hier in der Stehnslager-Groß-Kolle und die hässliche Zeit, dann wird für ihn eine gute Spur noch gewinnen. Danke für deinen Dank, der Sonne Nr. 1, Raphael! Hallo Männer, ich grüße euch. Erstmal vielen vielen Dank für die 20 Jahre. Danke, dass ich ein Teil von euch bin, immer noch. Und auch nach meinem Abschied jetzt, ich weiß, ich bin hier herzlich willkommen. Ich spüre, dass ihr das meint. Und ich bin heute der Einschluss. Und ja, ihr seid ein großer Teil meines Herzens geworden, aber die Mannschaft, wie sie hier steht, hat mir riesig Spaß gemacht und ich muss mich auch bei der Mannschaft verabschieden. In dem Sinne vielen Dank für uns, er war großartig und ich hoffe, wir sind sich immer mal wieder. Ja? Klappe! 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 Ja, dankeschön, lieber Völkopf. Kommen wir zum nächsten Mal. In diesem Jahr sind 101 Spiele und ich glaube, es ist 26 Tore für die Fortuna. Speziell in dieser Saison hat er als bester Stadtschütze noch einmal reingangsvoll gezeigt, was alles in ihm steckt und uns immer wieder begeistert. Vor 4,5 Jahren war es Fortuna. Es ist nun der Fall. Abschied zu gehen. Danke und alles Gute für die Siegung. Und ich gehe auch mit der Fall der Fortuna den Ver tolerate. Vielen Dank. 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 Walk on, through the wind Walk on, through the rain From your dreams And the wind Walk on, walk on With a breakthrough, the wind With a breakthrough to the life And the wind Is a breakthrough What you level Oh, oh, oh. Ich adoe, in der Oro, in der Oro, in der Oro. Ich adoe, in der Oro.